Ein Traum scheint wahr zu werden für den Öffi-Rekordfreak Andreas Werner-Dick. Einmal das gesamte Wiener Straßenbahnnetz durchgehend zu befahren. Am 16. April 2015 um 6 Uhr früh in der Remise Floridsdorf war es dann soweit. Start zum 16-Stunden-Marathon über 177 Wiener Schienenkilometer. Die Motivation hinter dem Ganzen ist zu schauen, wie lange es dauert, das sechstgrößte Straßenbahnnetz der Welt komplett in einem Zug durchzufahren. In der von den Wiener Linien eigens adaptierten Niederflurgarnitur sollten fünf Fahrer abwechselnd am Steuer sein. An Bord gibt es Catering, Goodies und sogar eine eigene Disco. Der Rekordtag war also bestens vorbereitet. Die Wiener Linien haben sich ein abwechslungsreiches Programm überlegt. Es werden dann Schulklassen zusteigen, es gibt ein Quiz, es gibt am Abend eine Disco. Also ich glaube, es wird sehr kurzweilig und abwechslungsreich werden. Die ersten Stunden rollt der Ulf problemlos durch Wiens Norden. Erste Fans und Journalisten sind bei den vorher festgelegten Einstiegsstellen dazugekommen und die Stimmung ist ausgezeichnet. Um 22 Uhr hätte man am Zielschottentor eintreffen sollen. Doch schon kurz vor Mittag, nach knapp sechs Stunden, musste die Rekordfahrt abgebrochen werden. Ja, wir waren eigentlich ganz gut unterwegs mit unserer Rekordstraßenbahn, aber es war dann ein technischer Defekt. Die Antriebssoftware hat Probleme gemacht, das hat sich schon einmal abgezeichnet beim Praterstern. Dann wurde versucht, in der Schleife in der Augasse den Fehler zu reparieren, aber das war nicht möglich. Und mit einem Notprogramm sind wir dann bis in die Remise Währing gefahren und dort war dann Ende und Abbruch. Wir sind alle sehr zuversichtlich, dass es im nächsten Jahr, 2016, einen zweiten Versuch für die Weltrekordbefahrung des kompletten Wiener Straßenbahnnetzes geben wird. Bleibt also die Hoffnung auf eine baldige Neuauflage, vielleicht doch noch 2015.